Ich möchte euch gern jemanden vorstellen. Mr. Irving Blitzer. Er ist der absolute Experte, wenn es um den Boxsport geht. Hi. Senke, leg los! Sie sind auf Sendungsschlitten, Gott. Gentlemen, Bobfahren ist eine simple Sache. Ja, auf die Toilette gehen auch. Danke sehr, danke für den Beitrag. Im Grunde genommen geht es nur darum, seinen Hintern vom oberen Teil eines Eiskanals bis zum unteren zu bewegen. Es geht nach rechts, es geht nach links. Ich glaube, das ist die größte und kälteste Achterbahn, mit der ihr je gefahren seid. Eis. Oh, oh. Oh ja, ach ja, das habe ich ja fast vergessen. Ein kleiner Nachteil bei diesem schönen Wintersport sind die Unfälle bei hoher Geschwindigkeit. Das tat weh. Eins sollte man niemals vergessen, bei einem Bob-Unfall brechen die Knochen nicht. Nein, nein, sie zersplittern. Bob-Fahrer zu. So, wer will dabei sein? Deine Frau, ich möchte einfach zum Knochen nicht double此 geium �ER, ich will dabei sein, bestsempanas. della Rennsteig. Vielen Dank.